Hallo und herzlich willkommen in der neuen Folge LS22 auf der Landkreis FrostDorks. So, wir starten wieder. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken hier. Ein Ballen geht noch rein. Haben wir noch einen? Ne, noch mehr. Also, einer geht das noch rein. Das können wir dann schon mal wieder... Grund vorbeigevormen, können wir auch machen. Oh... Ich habe jetzt hier einen Kack, nur ein bisschen vom 2. So, jetzt ist es genau. So, wie sie es fuhl. Muss ich kurz mal umtütteln. So, jetzt muss ich mal kurz bei der... Ungestrogen 40k rein. Ich glaube, ich habe die Waffe täuscht die Bärse. So, dann haben wir auch schon mal hier fürs Foto produzieren. Dann haben wir noch was anderes. Ok. Cools. Wo häng ich denn jetzt fest? Hier schon wieder. Ja, wo häng ich jetzt hier fest? Wow. Ich komme da irgendwie näher ran. Was ist denn das so? So. Ich bin noch mit dem Maprand. So. War Tool. So. So. Und dann. So. 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 nicht ganz treiben die büsche fährt wieder dort weg kaufen das riesenging hinsetzen die büsche fährt wieder die büsche fährt wieder die büsche fährt Das ist nicht so, wie ich kauf. So. Müsstens 15 sein. Où vous voulez ? Où vous voulez ? Comment ça ? C'est 20. Et ce n'est pas encore 3 balles. 3 balles. Et ? C'est trop. 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 Das ist noch mal rein. So schnell kann es gehen. So müssen wir finden die Kälte. Da muss ich mal gucken, wieviel Liter ist ein Fußbuss. Hoi. 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 Das sind drinnen viereinhalb. Das sind neun Ballen. Das sind 45. Ich habe sie auch schon genommen. Ich habe sie jetzt oben aus drüber gekauft. Ne. Das ist hier. Ich habe sie auf Pastille. 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 Das sind zwei Stück. Ich habe sie auf Pastille. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, haben wir es fast fertig. Können wir dann der nächsten Folge dann Kühe kaufen. Wenn das Futter dann gemischt ist. Nächste Folge können wir Kühe kaufen. Was sind die denn? Das sind alle die I.O. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, was? So, zack 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 und aktivieren. So, zack zack. Läuft. Läuft. Dauert also. Das ist ein bisschen Schluck. Und das was da oben zu viel ist zieht sich jetzt systematisch rein. Sollte es auch passen. So. Sind wir auch schon wieder am Ende der Folge reingekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao, ciao. Fakt. Euer Jaso.